Damit ich Stimmen und Geräusche genau orten kann, kommunizieren meine beiden Hörgeräte ständig miteinander. Zum Beispiel sagt das linke Hörgerät zum rechten, Achtung, da kommt jemand, der mir etwas Wichtiges sagen will. Mach doch mal bitte die Musik leiser. Das wird natürlich auch sofort gemacht. Kaum zu glauben, meine beiden Hörgeräte sprechen öfter miteinander als meine Frau mit ihrer besten Freundin. Alle 200 Millisekunden. Raumklang, nur eine von vielen tollen Technologien im neuen Oticon Altar, dem personalisierbaren Hörgerät.